Ja... Ja und? Oku sagt, ich mach bis zum Ende durch. Schreib jetzt auch nicht zurück, hab keine Zeit. Keine Zeit, keine Lust. So, Ender-Essence, die Coal-Kacke, das und das. Wollt ihr auch mal fertig werden, bitte? Das dauert! Da muss man Geduld haben. Geduld, mein Junge. Nicht so hastig. Ah, jetzt, klar. Jetzt wo ich Push machen wollte, wo ich sagen wollte, so sind die schon seit 5 Minuten. Klar, Kinder und Demo, wir werden die fertig. Wollt ihr nur verarschen? Gold, warum ist denn nicht Black? Nee, ich glaub echt. Wer wollte ich mabben? Alle mal mabben? Ich hab's nie. Gold. Zwei Dia's und Glas. Mal noch ne Dia-Kiste. Wen juckt's ihr? Mach das, du hast das ja, ne? Ich hab's ja. Ich bin juckt's. Aber ich find die Diamanten grad nicht, hab ich die alle verbraucht. Willi. Willi. Wir haben keine Diamanten mehr. Jaaa. Ehrlich? Doch, wir haben nur noch 10 Stück unten gehabt. Und hinten in der Kiste müssen auch noch welche sein. Ja, die hinten in der Kiste, ne? Soll ich dir mal verraten, die 50 Stück? Die sind weg. Die du schon verballert hast. Wir haben noch 21... Ne, wir haben noch 31 Diamanten. Das reicht, 31. Wir werden später mehr haben. So, jetzt kommen doch auch die Dinger, die Netherstars drauf. Warte mal, ich bin grad am überlegen, ein Feld anders zu machen. Ein Feld? Ein Feld mit Dias. Dias, Dias kann doch hier vorne bleiben, das läuft ganz gut. So, du meinst nicht bei den Spitzhacken, ne? Was, 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 was? Spitzhacken? Du meinst nicht bei der Spitzhacken, oder? Was, hä? Weil du grad ein Feld anders meinstest. Wie, was, hä? Egal. So, meine ich Speed 39 hat die. Alter. Nicht ernsthaft, oder? Doch. Krasser Scheiß. Jetzt brauche ich erstmal... Drei Stacks... ...Hudgestone. Naja, wir brauchen erst... Kohle und Ender. Ist wichtiger. Dann machen wir nämlich Tesseracts. Ist mir lieber... So, 218 nennt der. 218... Mit Mimisheed, oder was? Ja. Haben wir ein paar gemacht eben. Weil davon kannst du mal was gebrauchen. Ich kann dir nachher welche genug schenken. Ja, aber momentan... Wenn man die jetzt braucht... Fleisch, 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 Fleisch... Nee. Jawohl, die Titanium ist wie wenigstens benannt. Nö. Oh Mann. Warte, wie willst du die nennen? Dann kann ich meine gleich benennen. Nein, ich geh schon, ich geh schon benennen. Dann gibst du die. Ach, das ist weg. Genau. So nennen wir das. Oh, ich hab Angst vor den ganzen Monstern hier. Hi Zombie, ich bleib mal umfliegen dann. Alter, warum kann ich an dem Tisch nix machen? Ach. Ach. Äh. Warte mal. Die nehm ich mal eben raus. Und nehm mal eben... Wie viel hat's jetzt? 39. Stopp. Ich. Grabbel. Scheiße. Nur weil da K war. Ich. Kann ich nicht schreiben hier? Hallo. Ich. Grabbel. Alles. Passt bestimmt nicht hin. Weg. Passt. Danke. Ne, geil. Kannst du das jetzt bitte übernehmen hier? Warum kann ich das nicht übernehmen? Weil du die, glaube ich, dann umbenennen musst, wenn die gecrafted wurde oder so. Teil. Dann bleibt die einfach Spitzhacke. Egal. Ich glaube, das müsste jetzt deine sein, ja. Die hat nur 23, da fehlt noch was. Würde ich behaupten. Ja, ja, ich hab nicht genug Zeug dabei gehabt. Ah, jetzt haben wir aber auch. Umso mehr Strom du drin hast, also die Bahn, umso schneller wird das jetzt heißer, ne? Nein, jetzt den Tesla weckt. Ach, die Tesla. Nein. Der Reaktor. Äh? Wie viel schneller erhitzt der. Umso mehr, umso voller das Ding ist. Ja, und? Ja, ich hab nicht mehr. Alter, ich muss aufpassen, damit zu arbeiten. Ich hab Angst gerade. Nein! Das war zu früh. Moment. Nein, das war zu früh. Nein, das war zu früh. Nein, jetzt hab ich die Narvestimed gebrillert. Das hab ich. Wie, was hast du gerade gemacht? Weißt du wie schnell die Spitzhacke ist, Centus? Nein, keine Ahnung. Woher denn? Ich bin Centus hinterher. Okay. Okay. Du? Ja, dann fick dich. Ja, das ist wohl geil. Alter, hier. Das ist, als wenn das Nesserick wäre, einfach. Du kannst alles so ultra schnell mit abbauen, ne? Damit krebs... Boah, krabbt man damit Nesserick ab. Ja, hohoho. Mit einem Klick zehn Blöcke. Ungefähr. Ja, was anderes wird das nicht sein. Als ob du Butter durchschneidest. Mit einem heißen Messer. So ungefähr wird das dann auskommen. Och man, die Magnum Torches. Hm, muss jemand da drauf gehen? Ich weiß nicht, die Klieber. Ja. Da... Ja, nicht die Klieber. Die... Die Papyrus. Ja, genau. Weil ich will die immer so ungern benutzen, ich Spitzhacke, ne? Weil die ist so ultra schnell. Ich hab echt Angst, den Reaktor anzulassen. Hä, warum? Weiß ich nicht. Hä? Hä? YOLO, ey. Ganz ehrlich. Centos. Kannst du dich doch nicht so anstärmigen. Ein Reaktor. Hast du da Resident Ender jetzt dran, ne? Ja, hab ich. Eigentlich gemacht. Weitbester. Er vertraut nicht den Forum. Da steht, dass es dieses... Flüssige... ...Diamantenzeug ist das Beste, aber das stimmt nicht. Es soll angeblich 100%... Ja, das macht 100%... Nein! Die Black! Ähm... Ja. Weißt du was? Hier, mach die mal an. Das mein ich damit. Hm. Ich hab Angst, den Anzulass. Hä, was hast du denn jetzt gemacht, Centos? Was? Was hat das grad leckt? Warum leckt das so? Keine Ahnung. Nicht Centos. Kann nicht deswegen sein. Kann auch an der Ender-Sense sein. Hallo? Denk ich nicht. Pipes, könnt ihr mal bitte runterkommen? Wie oft soll ich denn die Pipes abbauen hier? Hallo? Danke. Was ist das? Stell dich mal in so ein Bucket Ender-Zeugs rein. Willst du nur hin, tue ich... Teleportiert. Ich kenn das schon. Das ist voll witzig. Ich sag nur ein bekloppten Projekt, ne? Oh ja. Den Ender-Jumprunn. Ja, ja. Du hast um den Ender- Um den Ender-Brunn, wo man reingesprungen ist, haben wir Ender gemacht. Und dann ist man irgendwo immer hingekommen. Wir haben... Wir haben ein bisschen Blödsinn gemacht mit. Ähm. Ich hab mit Kaymen und Maxis immer so zwischendurch... Spiel ich ja mal Packs mit denen. Haben wir so ne kleine Quest gemacht. Der eine. Dann da also... Da waren überall Dia-Blöcke. So bestimmt anderthalb Stacks oder so. Ey, was ist das hier los? Ich muss beim kurz abbrechen.